Gladbach konnte Wolfsburg am Freitagabend überraschend hoch besiegen mit 4 zu 0 und in diesem Video zeige ich euch wie ihnen das gelungen ist. Zunächst einmal möchte ich zeigen wie sie es gegen den Ball gemacht haben und so Wolfsburg eigentlich gar nicht wirklich ins Spiel kommen ließen. Und zwar haben sie die zwei Zentrumsspieler von Wolfsburg in Manndeckung genommen. Die hatten ja in dem Spiel nur zwei mit Asta Franks und Arnold. Wie wir hier sehen die zwei Achter von Gladbach. Hier war Skonet der war eigentlich immer an Franks dran. Während wir Reitz sehen der an Arnold dran ist und genau das war dann auch bei dem Tor zum 2 zu 0 entscheidend. Wir sehen hier eben erneut die gleiche Manndeckung. Reitz antizipiert an dem Ball von Castells auf Franks und belohnt sich dann dementsprechend mit dem Tor. Das halt daraus resultierte, dass Wolfsburg kaum Lösungen gefunden hat sich hinten raus zu spielen ohne Arnold oder Franks zu nutzen. Und dementsprechend war es halt auch im ganzen Spiel eigentlich so, dass Wolfsburg sich relativ wenig Chancen erspielt hat. Falls doch, dann sehen wir hier hat Gladbach es in einem 4-4-2 verteidigt. Wobei Honorar als Rechtsaußen sich oftmals auch fallen lassen hat und dann hat man eben hinten eine 5er Kette gehabt. Da war man aber durch die Flexibilität von Honorar auch recht flexibel, wie man es verteidigt. Je nachdem wie Wolfsburg eben attackiert hat. Aber wie gesagt war das eben nicht allzu oft der Fall. Und genau deswegen kommen wir jetzt dazu, wie es Gladbach im eigenen Ballbesitz gespielt hat. Und das war in diesem Spiel erneut recht stark, wie auch schon in anderen Spielen, wo man oft gute Ansätze hatte. In dem Spiel hat man es echt, ja perfekt nicht gemacht, aber das sah schon sehr gut aus. Und wir starten natürlich erstmal, wie man es von hinten heraus nach vorne geschafft hat. Und da muss ich sie direkt mal loben, beziehungsweise den Trainer Seohane. Denn Gladbach hatte da eine große Varianz im Spielaufbau. Zunächst hatte man tief meistens einen Viereraufbau mit Luka Netz links hinter noch. Grundsätzlich hatte man viele entgegenkommende Spieler. Also Weigl hatte man quasi als Ankerpunkt vor der Abwehr. Dann hattest du eben die Achter, Kone und Reitz, die oft, falls sie hoch waren, entgegenkamen. Aber auch Plea war da natürlich oft damit beteiligt. Hat ja generell eine gute Entwicklung durchgemacht zu einer Art Spielmacher. Auch Honorar kam auf der rechten Seite oft kurz und wie in dem Fall auch Czwanchara, der den Ball hier festmachen konnte. Also da war man wirklich gut aufgestellt. Weiter vorne, also so im mittleren Spielfelddrittel, wurde es dann meistens, beziehungsweise eigentlich immer, zu einer Dreierkette. In dem Fall war dann eben Skelly der rechte Innenverteidiger, weil Netz auf der linken Seite nach vorne geschoben ist. Aber wie wir auch hier sehen, man hat wirklich viele Anspielstationen im Zentrum. Eine Dreierreihe aus dem Mittelfeld, Kone, Weigl und Reitz. Also das hat echt gut funktioniert. Und neben den entgegenkommenden Spielern gab es auch, wie hier, gegenläufige Bewegungen. Plea kommt hier kurz, Reitz geht in die Tiefe. Hat jetzt in dem Fall nicht ganz so gut geklappt. Aber im Idealfall zieht eben Plea seinen Spieler mit. Und Reitz hat dann eben freie Bahn und kann in die Tiefe einstarten. Also die Ansätze waren da wirklich sehr gut, beziehungsweise nicht nur die Ansätze, man hat es oft auch gut ausgespielt. Und ein Beispiel dafür habe ich jetzt auch hier mal noch mitgebracht. In dem Fall hat Reitz, der hier den Ball hat, den Ball von hinten erhalten, dreht sich direkt auf. Wir sehen hier, da gibt es schon ordentlich Druck von den Wolfsburgern. Aber ich glaube, genau das wollte Gladbach auch, denn auch Honorar kam hier tief in dem Fall. Wenn wir es jetzt mal durchzählen, wir haben hier insgesamt acht Spieler von Gladbach relativ tief positioniert im Spielaufbau. Dementsprechend hat man halt eben auch die Wolfsburger hinten rausgelockt. Wir sehen hier, die machen auf jeden Fall Druck. Aber man löst es halt eben spielerisch auch echt gut. War da relativ ballsicher und hatte auch eigentlich kaum Ballverluste. In dem Fall, wie gesagt, Reitz dreht auf. Leitet den Ball dann eben auf Chwanschara weiter. Der legt ab auf Plea. Und wir sehen hier auf der anderen Seite schon Netz. Der schiebt jetzt nach vorne. Und genau das war dann eben der Plan von Gladbach. Wolfsburg hinten rauslocken, dann die Seite verlagern. In dem Fall hat das geklappt. Netz steckt dann eben durch auf Chwanschara. Der vergibt dann die Chance leider, beziehungsweise kam nicht mehr ganz an den Ball. Aber es zeigt auf jeden Fall den Ansatz, wie man nach vorne kommen wollte. In dem Fall über Umschaltsituationen. Aber man hat es auch aus dem sicheren Ballbesitz heraus geschafft. Und dazu kommen wir jetzt noch zum Abschluss. Und zwar sehen wir es hier gegen das 4-4-2 der Wolfsburger. Und das sieht erstmal recht verwirrend aus. Aber es sind auf jeden Fall echt gute Strukturen. Du hast hier Elwedi als zentrale Absicherung. Davor Weigl zentral als Sechser. Und die äußeren Innenverteidiger. Rechts Gelli, links Wöber. Die auch ordentlich mit anschieben. Was auch echt wichtig ist. So drückt man Wolfsburg auch nochmal mehr hinten rein. Und hat generell selbst mehr Spieler vorne. Auch falls man den Ball verliert für das Gegenpressing. Und in der Breite hast du eben rechts Honorar, links Netz. Die den Gegner auch so ein bisschen mehr auseinanderziehen. Während du im Zentrum halt selbst einige Spieler hast. Du hast Plea, der sich hier oft fallen lassen hat. In dem Fall zwischen die zwei Achter. Kornelings, Reiz, rechts. Und zentral vorne drin, Schwanchara als Zielspieler. Beziehungsweise wenn man es richtig ausspielt, auch als Vollstrecker. Und dazu kommen wir jetzt nämlich noch zum 1-0 der Glattbarer. Das den Sieg so mehr oder weniger eingeleitet hat. Aber auch auf jeden Fall aus dieser Struktur, aus dem eigenen Positionsspiel heraus resultiert ist. Und zwar war das natürlich nicht so statisch. Die zentralen Spieler haben oft die Außen überladen. In dem Fall hat Honorar rechts den Ball. Plea hilft ihm. Das Ganze ist eigentlich nur ein 2 gegen 2. Aber man löst es auch wirklich echt gut auf. Wolfsburg hat es auch recht passiv verteidigt heute. Klar, zu so einem hohen Ergebnis gehört nicht nur die eine Seite. Da muss es die andere Seite auch schwach machen. Aber dennoch möchte ich Glattbach ja loben. In dem Fall Honorar Doppelpass mit Plea. Honorar ist rechts durch. Legt in die Mitte auf den eingelaufenen Schwanchara. Der eben vollstreckt zum 1-0. Das letztendlich nur der Anfang von einem hochverdienten Glattbacher Sieg sein sollte. Das soweit meine Taktikanalyse zum Glattbach-Sieg über Wolfsburg. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.